Jetzt könnte vielleicht erstmals was gehen gegen den Williams, oder? Auf der Gerade, DHS auf, EHS auf Überholen, da ist nicht mehr viel da. Aber das könnte vielleicht reichen. Komm, ballern wir mal den Rest raus. Das könnte das erste Überholmanöver werden in dieser Karriere. Abgesehen vom Start natürlich. Gelbe Flagge auch. Oh, da scheint jemand ein Problem zu haben da vorne. Das ist aber gut, weil Sargent dann nicht kontern kann eigentlich an dieser Stelle hier. Was er sonst vielleicht könnte. Aber dadurch, dass hier gelb ist, wird das nicht möglich sein. Mercedes muss sein Auto abstellen. Ein George Russell, mitten im technischen Problem. Da war dieses Rear-Locking wieder, ja. Ach Mann. Au, wa! Ja, kein Kommentar. Oh, PS3 kriegt sogar eine Strafe. Vermutlich auch für so ein illegales Manöver, was keines war. Ah, ganz toll.